Man muss aus seinem Leben etwas machen. Ist nicht eine Art zurückzublicken. Grab nicht zu tief, M. Wer weiß, was du da findest. Dennis! Willkommen im Tollhaus. Wir müssen einfach nur ihr Erscheinungsbild maximieren, damit sie aussehen und klingen wie die Führungspersönlichkeit, die sie sind. Rufen Sie Mr. Thatcher. Dennis! Ja, ich will Autorität hören. Überzeugung. Dennis! Ja. Nein, nein, nein. Sie sehen umwerfend aus. Ich werde kandidieren. Heißt, dass du willst Premierministerin werden? Es ist meine Pflicht. Es ist ein Ehrgeiz. Du bist vom Ehrgeiz zerfressen. Und der ganze Rest, ich, die Kinder, können zur Hölle fahren. Wo Zwietracht herrscht, lasst uns Versöhnung bringen. Schultern zurück, euch herein. Sie ist die Chefin der meistgehassten Regierung, die dieses Land je hatte. Die Messe sind gezückt. Wir können unmöglich schon beim ersten kleinen Problem nachgehen. Das hat doch keiner gesagt. Ja, die Medizin ist stark, aber der Patient hat sie bitter nötig. Man sollte die Loyalität seiner Kollegen nicht auf die Probe stellen. Feigheit! Feigheit! Die Falkland-Inseln gehören zu Großbritannien. Ich will sie zurückhaben, klar? Wenn wir eingreifen wollen, dann müssen wir es jetzt tun. Wir stehen zu unseren Prinzipien. Oder wir stehen auf verlorenen Posten. Bei allem gebührenden Respekt, wenn einer im Krieg gekämpft hat... Bei allem gebührenden Respekt, Sir. Ich habe auch gekämpft. Und zwar jeden Tag meines Lebens. Unsere Partei und unser Land brauchen eine neue Führung. Wirf jetzt das Handtuch, Liebes. Sie werden dich kaputt machen. Gentlemen, sollen wir zu den Ladies gehen?